Als ich 2010 nach Deutschland kam, begann ich sofort einen Deutschkurs. Als Anna nach Deutschland kam, sprach sie noch kein Wort auf Deutsch. Als ich einen Beruf suchte, war es schwer, Arbeit zu finden. Als Marie ihr Abitur hatte, wusste sie nicht, was sie werden wollte. Als ich ein kleines Kind war, wohnte meine Familie in Russland. Als ich 15 war, zogen wir nach Deutschland um. Als er 13 war, wollte er Pilot werden. Als ich Kind war, haben wir unsere Häuser im Dorf nie abgesperrt. Als mein Opa 17 Jahre geworden ist, haben wir für ihn eine Überraschungsparty organisiert. Als wir geheiratet haben, haben ungefähr 300 Gäste mit uns bis tief in die Nacht gefeiert. Ich habe gestern meinen Schlüssel verloren, als ich zum Bus gelaufen bin. Mein Bruder ist allein nach Österreich gezogen, als er 18 Jahre alt war. Ich habe ihn sofort angerufen, als ich seine Nachricht bekommen habe. Ich habe meinen Eltern geholfen, als ich zwölf war. Als Antonio noch ganz klein war, hat er mit seinem Vater Fußball gespielt. Als er in die Grundschule ging, hat er jeden Nachmittag mit seinen Freunden Fußball gespielt. Als er berufstätig war, hat er sich mit Kollegen in seiner Freizeit zum Fußballspielen getroffen. Als wir letztes Jahr in Frankreich waren, haben wir einen Sprachkurs gemacht. Ich habe kein Wort verstanden, als ich das erste Mal in Deutschland war. Als ich noch im Kindergarten war, habe ich manchmal die Sprachen verwechselt. Als ich gestern im Deutschkurs war, kam plötzlich ein alter Freund aus meiner Heimat herein. Als ich letzte Woche meinen 18. Geburtstag gefeiert hatte, waren einige Freunde zum ersten Mal betrunken. Ich war im Sommer in Frankreich, als meine Nichte geboren wurde. Am Weihnachten war ich überrascht, als meine Eltern uns besucht hatten. Ich habe mir einmal sehr wech getan, als ich einen heißen Topf ohne Handschuhe angefasst hatte. Als ich elf war, wurde meine Schwester geboren. Als ich 30 Jahre alt war, zogen wir in eine andere Wohnung um. Als er Gefrühstück hatte, ging er los. Er ging los, als er gefrühstückt hatte. Als er ins Büro kam, war die Besprechung schon vorbei. Die Besprechung war schon vorbei, als er in das Büro kam. Ich hab's. Untertitelung des ZDF, 2020